Musik Die jüngsten Wahlergebnisse haben gezeigt, in Sachsen sind autoritäre und nationalistische Überzeugungen gesellschaftsfähig. Aber wir wollen als Unteilbar das andere Sachsen sichtbar machen. Lasst uns diesen Sommer vor der Sächsischen Leitungswahl zu einem Sommer der Solidarität machen. Wir starten mit einer Auftaktdemo am 6. Juli in Leipzig. Weiter geht es mit der Konzert- und Marktplatz-Tour von Wann, wenn nicht jetzt. Den Höhepunkt bildet unsere bundesweite Großdemo am 24. August in Dresden. Lasst uns gemeinsam auf die Straße gehen, für ein offenes Land mit freien Menschen. Wir wollen unsere verschiedenen Kämpfe zusammenbringen. Wir lassen nicht zu, dass Sozialstaat, Flucht und Migration gegeneinander ausgespielt werden. Wir setzen uns für eine sozial-ökologische Transformation ein. Wir sind für eine offene und freie Gesellschaft der vielen. Die allen Menschen Teilhabe ermöglichen. Für Solidarität statt Ausgrenzung. Unteilbar heißt, unsere unterschiedlichen politischen Kämpfe sind unteilbar miteinander verbunden. Das ist die einfachen셋 blank itt. relauftitel frase.